Wir melden uns aus Valencia, nämlich aus dem Estadio Mestalla. Die perfekte Kulisse für dieses Spiel. Wolf Huss und Frank Wohlschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Kantona, Eto, Naismith. Gut gespielt, ist das die Chance? Foul, Fleistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Führte Freistoß, kurz aus. Macht ihn, ja, er macht ihn. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir nochmal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Frühe stören jetzt. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidungen. Guter Vorstoß, kann was werden. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. So langsam heißt es, Abschied nehmen vor dem Meister. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ist es das? Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Tja, Buschi, das nimmt er natürlich gerne an, da lässt er sich nicht zweimal bitten. Ne, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Sie verlieren den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, geht gut dazwischen. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Da kommt die Ecke. Brillant gemacht. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Das ist erst der Eckball und dann dieses wunderbare Tor. Was für eine Technik. Da wird der Mut belohnt. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3 zu 0. Naysmith. Schwab. Elia. Ja, starker Pass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schussversuch. Da kommt er raus und hält den Ball. Fuchs. Naysmith. Ja, mit viel Übersicht. Den Ball hat er. Der Lug fand ich gut genug. Gute Aktion. Gut geklärt. Sie bekommen den Abstoß. Sie bekommen den Abstoß. Ganz klar. Da muss er Freistoß balken. Ball im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Elia. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Vorne jetzt die Balleroberung. Ja, der Schuss jetzt. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Eto. Kanton A. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Gefährlich jetzt. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Einwurf. Der Ballverlust. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Eto. Kanton A. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Was macht er draußen? Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's. Weiter gefährlich. Nee, der Ball kommt zu hoch. Erstmal geklärt. Kanton A. Eto. Da ist die Flanke. Wahnsinn. Er hält ihn. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier... Und er ist eine Art von der Bühne. Das ist die Flanke. Denn, wenn es die Flanke ins Verkommung ist mit der Flanke. Wenn es die Flanke ist, dann geht's. Da wird dann... Das ist das höre. Of was heißt... Untertitel. durchgang 2 hat begonnen sie verlieren den ball gute chance für eine flanke da können sie erst mal klären kurz nicht konzentriert genug und schon ist die kugel weg mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor könnte gefährlich werden es gibt ecke er geht in den strafraum der angriff erst mal wieder vorbei lustig den holt er sich mit einem guten tag legen auch das war wieder ein exzellentes zuspielen wieder ein guter pass von ihm nicht das erste mal heute weil es jetzt wieder weg jetzt wird es gefährlich eto naismith ahnt hier diesen pass weg ist der ball kantona naismith viel mit auge die bei starke hat den ball aber das war knapp das war maßarbeit da hatte ich viel gefehlt weiter geht es mit einem einwurf so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren naismith naismith das könnte gefährlich werden da passt er auf ball geklärt kantona klasse einsatz faires tag da trägt das könnte was werden auf der linie auf der linie gerettet eckball guter einsatz ball ist erst mal wieder weg guter ball nach draußen und jetzt gibt es ecke ecke kommt rein wichtiger befreiungsschlag da ärgern sie sich ballverlust auf der linie gerettet jede menge platz auf dem flügel die gefahr ist erstmal bereinigt wir müssen aufpassen da der klasse gearbeitet und er schießt und diesen ball hat er sicher klasse vom torwart gute aktion jetzt da ist die flanke ins zentrum abseits absolut klare entscheidung gute balleroberung was waren sie draus super dieses zu spiel da ist er drin ein tolles tor ja das ist schon bitter in der situation den ball zu verlieren wir sehen das nochmal in der wiederholung da stimmt dann natürlich die zuordnung nicht mehr es wird ausgenutzt und es fällt das tor darf nicht sein das wird heute wohl nichts mehr versehen das spiel ist fast vorbei weg ist der ball macht er gut geht damit voll im einsatz zum ball die fans haben sich das heute auf jeden fall anders vorgestellt buschen ja wolf das ist schockstarre hier im moment selten dass es so leise ist Elia wird gut dazwischen weg ist der ball eto kein viel vorteil vielleicht können sie das jetzt ausnutzen sie stellen hinten ein bisschen um und wollen nun vermehrt die abseitsfalle als dienmittel einsetzen vielleicht wird es so für die gastmannschaft ja schwierig und jetzt die chance muss abstoß geben guter vorstoß kann was werden sie geben den ball bis jetzt wieder ab ist souverän er hat den ball neun minuten sind hier noch zu spielen und jetzt ist der ball geklärt ein wenig ist die luft raus aus dieser partie der spielstand ist eindeutig und so warten hier beide mannschaften auf den abpfiff elia ball ist wieder weg schöner pass jetzt kein gutes timing deshalb ist er ins abseits gelaufen schmied naja jetzt müssen sie aufpassen jetzt könnte flanken jetzt ist gefährlich der abschluss war einfach nicht gut genug jetzt sind sie am ball schönes zuspiel hier sie bekommen ihn nicht in den griff heute das war der dritte streich da kommt die wiederholung nochmal wir sind im ballverlust das ist eine unaufmerksamkeit der ball ist weg die gefahr ist da das tor ist da haben sich selbst zuzuschreiben wieder ein treffer 5 0 das spricht eine deutliche sprache pass kommt erstmal keine das war's für heute die gäste holen sich hier den sieg sie haben das heute super gemacht das war's für heute Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020